Verona Poth, 55, hat zum Ende ihres Dubai-Urlaubs noch mal ein heißes Ausrufezeichen gesetzt. Ein Schnappschuss im Badeanzug lässt die Fans regelrecht ausflippen. Sie selbst stellt die Popo-Frage. Seit einigen Tagen weilt die gebürtige Bolivianerin mit Ehemann Franjo Poth, 54, nun schon in der Wüstenmetropole. Lediglich für ihre Teilnahme an der Promi-Darts-WM jettete sie jüngst für einen einzigen Tag zurück nach Düsseldorf. So geht Klimaschutz. Nicht. Sofort brach über der Zweifach-Mama ein Shitstorm herein. Wie man die Unruhe auf die schnellste Weise wieder verstummen lässt, weiß Verona als alter Medienhase ganz genau. Mit tiefen Einblicken und viel nackter Haut. In ihrem jüngsten Beitrag auf Instagram steht die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen, 69, vor dem Badezimmerspiegel in ihrer Hotelsuite. Mehr als einen Badeanzug, der mit einem extrem tiefen XXL-Ausschnitt daherkommt, trägt Lapote dabei nicht am Leib. In der Tat sieht Veronas knackige Kehrseite auf den zwei Schnappschüssen im Vergleich unterschiedlich groß aus. Doch wie viele Nutzerinnen und Nutzer in der Kommentarspalte richtigerweise anmerken, ist das alles eine Frage der Perspektive. Von der ungeschminkten Wahrheit können die Fans indes gar nicht genug bekommen. Wieder einmal wird Verona mit Komplimenten für ihre tolle Figur überschüttet. An den Tagestrip in die NRW-Landeshauptstadt dachte da wohl kaum noch jemand. Absolute Traumfrau oder super sexy, schwärmen zwei weitere User. Ein weiblicher Fan stellt sich die eher rhetorische Frage. Wie kann man nur so schön sein? Einige Fans meinen, die Antwort zu kennen und tippen auf Botox.